Hey Internet, hier ist WeAreLost und ihr seid wieder am Start zu einem weiteren Video zu Battlefield 4. Nachdem jetzt der Spring Patch ja draußen ist, gibt es viele Sachen, die geändert wurden und auch viele Fragen, die gestellt wurden. Und ich möchte auf ein Thema eingehen, was wirklich, naja, nicht ganz uninteressant und nicht unwichtig ist. Und zwar geht es hierbei um das Headglitchen. Ja, ihr kennt es vielleicht, für die, die es nicht kennen, erkläre es kurz. Headglitchen bedeutet, dass man sich an gewissen Positionen befindet, über die man, ja sozusagen, nur mit seinem Head, also mit seinem Kopf schaut und dabei aber die Gegner unter Beschuss nehmen kann. Um das Ganze mal ein bisschen noch klarer zu machen, es verhält sich in Battlefield so, dass ihr auf dem Punkt, wo ihr zielt, wenn ihr zum Beispiel jetzt in den Zielmodus geht und dem entsprechenden Visier auf den Punkt zielt und dann drückt, dass ihr hier auch den Treffer landet. Das bedeutet, ihr zielt so gesehen mit eurem Auge. In realistischen Games, wie es zum Beispiel in Armada Fall ist, wird das Ganze so gelöst, dass die Kugeln nicht über euer Auge oder die Mitte des Bildschirms entsprechend bei dem Ziel landen, sondern über den Lauf gesteuert werden. Und Battlefield, beziehungsweise Dice, hat sich dem jetzt ein Stück weit bedient und das angepasst, um dieser Headglitch-Problematik, weil sie wirklich eine Problematik darstellt, einfach entgegenzuwirken. Um das Ganze ein bisschen besser zu verdeutlichen, begebe ich mich mal in so eine Headglitch-Position, stelle mich hier einmal in die Leiter hin und wenn ihr guckt, wenn hier vorne ein Gegner ist, dann kann ich den hier unter Feuer nehmen, beziehungsweise konnte ich ihn bisher unter Feuer nehmen. Wir sehen jetzt einfach mal die Kante von diesem Strich an, also über der grünen Bemalung der Wand. Sollte ich hier einen Gegner haben, möchte ihn jetzt unter Feuer nehmen, was passiert? Ich schieße an die Kante vor mir. Das bedeutet, ich kriege keinen Treffer hinten auf die Wand, sondern auf die Kante vor mir. Was rein, in Anführungsstrichen, realistisch gesehen auch richtig ist, da das Visier natürlich höher auf der Waffe gelegen ist und der Lauf natürlich entsprechend weiter unten. Das bedeutet, die Kugeln kommen jetzt nicht, wie es vorher der Fall war, rein über das Visier, also über die Mitte des Bildschirms raus, sondern werden an solchen Positionen auch wirklich so getrackt, als würden sie aus dem Lauf rauskommen. Und das bedeutet, dass ich hier aus dieser Position, aus so einer Headglitch-Position, keine Treffer mehr auf den Gegner da vorne landen kann und mich so sozusagen natürlich ein Stück weit rausbewegen muss, um dann wieder Treffer zu landen, wie ihr jetzt sehen könnt. Das heißt, ich kann hier nicht mehr entsprechend Headglitschen, sondern muss einfach eine erhöhte Position wählen, um dann die Treffer vorne landen zu können, was sich enorm positiv auf das Spielgefühl auswirkt, denn es ist nun der Fall, dass Headglitscher nicht mehr so wirklich die Chance haben, auch entsprechend Head zu glitschen und damit einen Vorteil zu haben. Viele haben das nämlich teilweise recht perfektioniert und haben sich die besten Positionen auf diversen Maps, gerade in Domination oder sonstigen Modi, rausgesucht, haben sich dort verschanzt und die ganze Zeit Leute mit Headglitschen einfach weggeschossen und das ist jetzt eben hier nicht mehr der Fall. Wie ihr seht, keine Chance mehr, da vorne irgendwas zu treffen, das heißt, ich muss ein bisschen hinter, kann dann erst treffen, bin dabei aber ein größeres Ziel, kann gesehen werden und das wirkt sich, wie gesagt, positiv auf diese Problematik mit dem Headglitsching aus. Eine wichtige Änderung, die jetzt endlich in der Live-Version von Battlefield 4 drin ist, es war wirklich nötig und ich freue mich persönlich natürlich sehr darüber, ich habe es selber nie wirklich genutzt, wenn dann nur unabsichtlich, dass ich mich in so einer Position befunden habe und dann einfach natürlich hier, wenn ein Gegner war, beschossen habe und ihn halt auch getroffen habe, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Ich hoffe, euch hat die Information gefallen und ihr seid jetzt auch ein bisschen glücklicher darüber, dass dieses Update und diese Änderung jetzt endlich auch live ist und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, weiterhin solche Videos zu produzieren, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr immer noch kein Battlefield 4 habt, dann schaut doch mal bei meinem Keypartner G2A vorbei, da gibt es die Games zu günstigen Preisen. Alle Infos dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel immer im Auge, euer Lost.